So Freunde, wenn du den falschen Weg einschlägst, dann passiert solche Sachen. Du kommst irgendwo, wo keine Straße mehr. Wo solche Pfützen sind. Und wie tief die sind, das weiß man nicht vorher. Ja, auf der Suche nach einem geeigneten tollen Rastplatz. Und jetzt fahren wir auch manchmal solche Wege ab. Irgendwo finden wir dann schon ein Platz für uns, für die Nacht. Vielleicht hier. Genau hier habe ich mein Platz gefunden für die Nacht. Schön ruhig, schön leise. Hier bleiben wir heute Nacht. Ja, gute Entscheidung. Hoffentlich regnet es nicht. Hier parken wir und hier schlafen wir heute Nacht. Kommt mir was wolle, hier bleiben wir. Ja, sieht jetzt schlechter aus, Freunde. Hm, den machen wir live heute Abend. Hier sieht es gut aus, gefällt mir gut. Und zwar war es ein komischer Weg, aber passt einwandfrei. Warum habe ich diesen Platz ausgesucht, Freunde? Heute, zeige ich euch gleich. Weil dahinter gibt es Wasser. Ich muss nur sehen, wie ich da rüberkomme. Da ist das richtige Wasser, was ich wollte. Das ist nur ein kleiner Teich. Da oben ist ein großer Teich. Hm, wie kommen wir da rüber? Wenn wir mal alles schwer anziehen. Ja.